Mein Name ist Philipp Glemm, ich bin Unternehmensberater in der Bollenberger und Bollenberger Beratungsgruppe. Ein großes Teilgebiet von meiner Arbeit ist Controlling und Planung, das heißt mit Klientenbudgets zu erstellen, um die zukünftigen Erfolge auf Papier zu bringen und natürlich auch Beförderungen zu unterstützen. Schwierig, das in einem Wort zusammenzufassen. Was ist mein Traum? Ein Traum ist immer, wenn man seine Ziele erreichen kann, aber dafür muss man seine Ziele zuerst einmal genau kennen und definieren. Das zweite Spannende an dem Ganzen ist, nachdem ich immer so perfektionistisch angehaucht bin, zwei Stunden Film perfekt machen ist schon schwierig, aber bei 30 Sekunden kann man sich jetzt überlegen, wo man den Schnitt genau setzt und ob das jetzt zwei oder drei Frames vorher oder nachher ist. Darum sind Werbespots, finde ich momentan am interessantesten. Was mich begeistert, ich bin sehr begeisterungsfähig, aber am meisten begeistern mich andere Menschen, die es schaffen, mich zu begeistern. Das heißt, die mich so motivieren können, dass ich mein Letztes für irgendein Thema geben würde. Super. 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 Vielen Dank.